2021 hat es angefangen, die CO2-Besteuerung. Wer CO2 emittiert, muss in Zukunft Geld bezahlen. Auch Sie bald für die CO2-Emissionen Ihres Hauses. Im Klimapaket vor über einem Jahr schrieb die Bundesregierung die CO2-Steuer rein. Es fängt also an. Es hat 2021 angefangen. Mit 10 Euro pro Tonne geht es los, aber wir werden bei 180 Euro pro Tonne landen. Wie der Weg geplant ist, zeigen wir Ihnen jetzt. Seit dem 1. Januar 2021 kostet die Emission von CO2 auch für die Verbraucher und Verbraucherinnen Geld. Zunächst für Heizöl, Erdgas, Benzin und Diesel. 25 Euro pro Tonne. Der CO2-Preis ist Teil des Klimaschutzprogramms der Bundesregierung. Dieses sieht ab 2021 die Einführung eines nationalen Emissionshandelssystems vor. Es ergänzt den europäischen Emissionshandel. Während der Einführungsphase 2021 bis 2025 werden die Preise für Emissionszertifikate staatlich festgelegt. Der Preis für eine Tonne CO2 liegt 2021 bei 25 Euro und steigt bis 2025 auf 55 Euro. Ab 2026 werden die Zertifikate versteigert und damit noch teurer. Die Preise bestimmen sich durch Angebot und Nachfrage. Die Gesamtmenge der Zertifikate und damit die maximale Menge an Emissionen in den Bereichen Wärme und Verkehr soll entsprechend der Klimaziele begrenzt werden. Mit 25 Euro pro Tonne ist die Bundesregierung sehr moderat an den Emissionshandel für die Verbraucher herangegangen. Die High-Level-Commission on Carbon Prices der Weltbank forderte als Einstiegspreis 40 bis 80 Euro pro Tonne. Das Umweltbundesamt schlug sogar einen Preis von 180 Euro pro Tonne CO2-Emission vor. Dieser Preis von 180 Euro gilt als notwendig, um die Umweltschäden durch CO2-Emissionen bezahlen zu können und gilt europaweit als Zielmarke der CO2-Bepreisung. Es ist etwas kompliziert. Als erste Stufe haben wir jetzt also einen nationalen CO2-Preis als Einstieg. In Zukunft kommt die Integration der Verbraucher in den europäischen Emissionshandel dazu. Seit 2007 arbeitet man in Europa konzeptionell daran, wie sich dies praktikabel umsetzen lässt. Drei Modelle sind dafür in der Diskussion. Die sogenannten Domestic Tradable Quotas, die Personal Carbon Allowances oder Cap-on-Share und Emissionshandel auf erster Stufe. Allen drei Modellen ist gemein, dass die Bürger und Bürgerinnen ein CO2-Budget bekommen. Jede Emission, zum Beispiel durch Wärme und Verkehr, mindert dieses Budget. Ist dieses Budget aufgebraucht, müssen sich die Verbraucher zusätzlich Emissionszertifikate beschaffen, zum Beispiel, wenn man einen Flug buchen möchte und kein CO2-Budget mehr hat. Die rechtlichen Grundlagen sind EU-weit durch den bereits bestehenden Emissionshandel für Unternehmen bereits geschaffen. Dieser muss nur noch auf die Verbraucher ausgedehnt werden. Klar ist, CO2-Emissionen kosten in Zukunft Geld. Auch für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Gast im Studio zu dem Thema, Dr. Andreas Piepenbring, Chef von E3DC. Herr Dr. Piepenbring, an einem Punkt müssen wir alle umdenken. Bislang haben wir ja Energiewende, Strom-Eigenproduktion, Eigenenergienutzung immer darüber nachgedacht. Was ist sozusagen der Preisvorteil gegenüber dem Netzbezug? Was kostet uns die Kilowattstunde in der Eigenproduktion? Was müssen wir sonst bezahlen? Jetzt mit der CO2-Steuer wird ein neuer Preisanteil wirksam. Heute noch nicht, aber bald. Für das eigene Häuschen, für das Unternehmen. Nämlich die Frage, wie viel CO2 steckt in dem Strom, den ich benutze. Exakt. Und wie viel benutzen Sie? E3DC. Und diese Firma, die ich vertrete, heißt E3DC, einsparen, erneuern, effektiv sein. Die Effektivität kriegen wir über die Elektroautos und die Wärmepumpe. Und über die PV-Erzeugung und den Speicher. Kaum Verluste. Alles auch Effizienztechnologien. Dreifach besserer Wirkungsgrad im Antriebsstank. Drei- bis fünffach besserer Wirkungsgrad von der Wärmepumpe gegenüber der Gastherme. Und theoretisch bei PV- und Speicherbetrieb emissionsfrei. In der Gestehung auch fast nicht relevant. Daher ist nur die Frage, was kostet mich das CO2 im Häuschen? Und die Antwort ist, der Netzstrom, abhängig vom Bundesumweltministerium festgelegten Wert von 420 Gramm pro Kilowattstunde CO2. Das muss ich bezahlen? Ich muss bezahlen, was aus der Steckdose kommt. Zu meiner Jugend hieß das, der Strom kommt aus der Steckdose. Jetzt kommt das CO2 aus der Steckdose. Jetzt kommt das CO2 aus der Steckdose. Und der Strommix verbessert sich nicht. Der Strombedarf steigt. Das politische Gerede über alles wird besser und Wasserstoff und sonst was. Ich halte mich an die Energy-Charts. Der Strom bleibt dreckig. Und das, was aus der Steckdose kommt, müssen Sie bezahlen. Jetzt haben Sie nur noch eine Möglichkeit zu sparen. Selber machen. Das heißt, die Frage ist, wie viel haben Sie gespart und wie viel haben Sie bezogen? Haben Sie mehr gespart als bezogen? Sind Sie eigentlich positiv? Das heißt, dann kriegen Sie Geld. Haben Sie weniger gespart als Sie bezogen haben? Müssen Sie bezahlen? Wir zahlen jetzt eigentlich den Preis dafür, dass wir im sogenannten Strommix sind. Wir haben erneuerbare Energie, die produziert wird. Die wird ins Netz gekippt. Das Ganze wird sozusagen verquirlt. Und dann kriegen Sie den ganzen Kram zurück. Und wie Dr. Piepenbrink sagte, haben wir dann 420 Gramm CO2 drin. Und da steckt dann eben der Kohlestrom, Gasstrom, was weiß ich, steckt da alles eben mit drin. Und deshalb ist der Bezug von Energie aus dem Netz immer mit CO2 belastet. Und er wird eben in Zukunft kostenwirksam. Das wird man Ihnen in der Öffentlichkeit nicht so ohne weiteres erzählen. CO2-Emissionshandel. Aber es heißt eben, die Bürger gehen in den CO2-Emissionshandel mit hinein, mit der CO2-Steuer. Und jetzt ist genau der Punkt, den Dr. Piepenbrink beschrieben hat. Die Frage ist, wo zum Teufel kriege ich CO2-freien Strom her, der nicht kostenwirksam für mich wird. Und das haben Sie schon angedeutet. Das kann nur Folgendes bedeuten. Ich muss meine Energie selber produzieren. Und jetzt kommt der Boxfuß. Ich muss ihn zur Verfügung haben. Es nutzt mir nichts, eine rechnerische CO2-Esparnis in der Photovoltaikanlage zu haben. Ich muss ihn tatsächlich konkret haben. Und das heißt, wir brauchen einen Speicher. Ja, und eine Rechnung müssen wir noch machen. Ich brauche natürlich auch Leistung. Die Energieförer reden vom bedingten und unbedingten Leistungspreis. In der alten Energiewirtschaft und auch in der neuen ist das eine relevante Forderung. Ich muss mich damit auseinandersetzen. Ich habe im Winter Elektroautos und Wärmepumpen. Ich habe im Winter einen erhöhten Strombedarf. Und ein Speicher und eine Photovoltaikanlage können auch im Winter den Leistungsbedarf von Gebäuden extrem weit runter senken, sodass Gebäude eigentlich im Netz leistungstechnisch gar nicht mehr auftauchen. Weil der Speicher natürlich ein Leistungstransformator ist fürs Auto und für die Wärmepumpe. Und das ist noch gar nicht in der Diskussion. Das heißt, mit einem Hauskraftwerk oder einer Eigenenergieversorgung kann ich mich auch komplett vom Leistungspreis entfernen. Weil Leistung, die ich aus dem Netz abrufe, hat natürlich auch einen hohen CO2-Footprint. Das heißt, ich kann mich quasi absolut minimieren. Und wie weit ich das machen kann und wie ein E3DC-Kunde das konkret im Portal ablesen kann, darauf werden wir ja heute noch eingehen, denke ich. Ich versuche das nochmal zusammenzufassen. Das heißt, das eine ist die pure Stromproduktion und Nutzung, die ich habe, Anteil von CO2. Ich muss den Strom zur Verfügung haben. Aber, Herr Dr. Piebrink hat es gerade angesprochen, wir haben mal so eine Winterlücke oder wo ich Strom aus dem Netz brauche. Und da geht es eben darum, nicht so viel Leistung wie möglich aus dem Netz zu beziehen, weil das wird auch schon wieder kostenwirksam für mich. Selbstverständlich. Wir haben ja ein Leistungsproblem. Nicht nur die privilegierten PV-Besitzer, die ein Dach und eine Eigentumsgrenze für sich definieren können, sind ja die, die selber in ihrem Eigentum Energie erzeugen können. Wer kann das? Und von daher bin ich schon besser dran. Und diese Leute müssen einfach auch noch inzentiviert werden vom Staat, genauso wie sie inzentiviert werden, wenn sie ihre Wände dämmen, müssen sie dafür inzentiviert werden, dafür, dass sie weniger Leistung benötigen, unbedingt und bedingt. Und sie müssen dafür inzentiviert werden für das, was sie einsparen, gegenüber dem, was sie beziehen. Aber wofür wir sie nicht mehr inzentivieren dürfen, ist, damit sie einspeisen. Weil die Einspeisung ist endlich, die Photovoltaik hat einen marginalen Anteil im Netz und wohingegen die Photovoltaik einen riesigen Anteil im Gebäude hat. Und das ist in keinem Chart vernünftig abgebildet. Das heißt, die Photovoltaik ist die Energiewende im Gebäude, aber nicht im Netz. Gut, also Merke 1, Strommenge und Leistung müssen wir in Zukunft strikt getrennt denken. Ich denke, dass das Bundeswirtschaftsministerium mit Ernst & Young genau in die Richtung gedacht hat. Und über die 14a-Geschichte aus dem Energiewirtschaftsgesetz wird es für Verbraucher, in jedem Fall kennt der Preis nur eine Richtung und das ist die nach oben. Und der setzt sich aus Leistung und aus Menge zusammen, so wie es immer war. Nur ist das Dumme, dass es jetzt auch die kleinen Einfamilienhäuser logischerweise treffen wird, weil die ersten Gasheizungen und Ölheizungen trifft es ja schon. Aber die Energiewende ist ja eine Stromwende. Das heißt, dadurch, dass das Auto und die Wärme in Strom gedacht werden muss, habe ich quasi, muss ich auch den Strom in CO2 oder in Gasvermeidung oder Gasproduktion denken. Und nochmal, wir denken heute über die Wirtschaftlichkeit von Eigenenergieversorgung nach und versuchen mit Photovoltaikanlagen, mit Hauskraftwerken speichern, diese Kosten zu minimieren. Und wir müssen eben darüber nachdenken, dass die CO2-Emission auch Geld kostet. Und diese beiden Kosten wirksamen Teile müssen wir in den Griff bekommen. Deshalb ist die Frage, wie rechnet sich das CO2-freie Haus? Das heißt, wir müssen also leistungstechnisch als auch mengenmäßig das Ganze im Griff haben. Und da haben wir mal anhand des Portals von E3DC mal durchgeschaut. Ein Gewerbebeispiel und ein Privathausbeispiel. Ganz grundsätzlich vorneweg gesagt, Herr Dr. Piebenbrink. Das heißt, wenn ich, sagen wir mal, schon mal in meinem Haus eine eigene Photovoltaikanlage habe, sieht es schon mal gut aus. Da kann ich schon mal CO2-freien Strom produzieren. Ich muss ihn dann aber auch speichern, um ihn auch zur Verfügung zu haben. Um die Nutzung zu verbreitern? Um sozusagen sagen zu können, von mir gibt es keinen Netzbezug, damit ich sozusagen den teuren CO2-kostenbelasteten Strom nicht in mein Haus kriege. Ja, und wenn ich ihn gespeichert habe, kann ich ihn über flexible Lasten wie Wärmepumpe multiplizieren oder zeitversetzt, leistungstransformiert über den Speicher ins Auto geben. Damit hat der Versorger nichts zu tun. Und ich kann sogar Netzstrom von der Leistung transformieren für meine flexiblen Lasten. Und das machen wir am Ende der Sendung. Da besprechen wir noch einen Seitenarm des Problems, zu sagen, es wird alles verstromt. Komfortstrom, Wärme, Mobilität. Das heißt, wir haben auch den Bedarf und den Wunsch, in grauen, dunklen Zeiten so viel CO2-freien, nicht kostenbelasteten Strom zu haben, dass sich über den Winter oder die Winterlücke kommen kann. Genau, darauf möchten wir noch eingehen. Das ist ja sozusagen ein kleiner wissenschaftlicher Beitrag der E3DC in Form des Immobilienbuchs. Wir haben ja jetzt eine Rechnung vorgelegt, wie wir ganz klar beweisen können, dass auf einer normalen oder etwas größer dimensionierten Photovoltaikanlage ein komplett CO2-freier Betrieb ganzjährig möglich ist. Nicht nur bilanziell, sondern auch physikalisch. Wir haben ja jetzt 2021 mit einem kleineren CO2-Preis eingefangen. Zielgröße ist 180 Euro pro Tonne. Das ist eigentlich der Wert, auf den man sich EU-weit geeinigt hat. Einerseits ist es eine Forderung der Umweltschutzverbände, auf der anderen Seite weiß man, 180 Euro pro Tonne muss es ungefähr kosten, um die schädlichen Wirkungen von CO2 zu kompensieren. Wahrscheinlich wird es irgendwann noch teurer werden, aber wir nehmen jetzt einfach mal diesen Wert von 180 Euro pro Tonne. Erstes Beispiel ist ein Referenzbeispiel, welches wir schon bei Autark, dem E3DC-Magazin hatten. Ein Supermarkt in Nordrhein-Westfalen. Und das ist eben sehr interessant. Wir sehen hier, wir haben eine Photovoltaikanlage, die ist ungefähr 30 kW Peak groß. Wir haben zwei Hauskraftwerke als Speicher. Und kurz zu sagen, 15.000, können Sie raufgucken, 15.000 Kilowattstunden hat dieser Supermarkt einen Direktverbrauch. Es kommen 6.500 Kilowattstunden noch von der Batterie. Er hat eine Netzeinspeisung, da gibt es eben nach wie vor die Einspeisevergütung. So, das heißt, das sieht eigentlich erstmal schon mal ganz gut aus. Ja, in Euro heißt das der Supermarkt von Herrn Lüßmann, der von Guida Haberscheid eigenverstromt worden ist, bringt erstmal 4.000 Euro Cash, aber wir reden ja heute über CO2. Das heißt, was dieser Eigenstrom bringt, ist erstmal, dass der Netzbezug auf 5,7 Tonnen CO2 runterfällt. Der aber zu bezahlen ist, das heißt, die 5,7 Tonnen wären zu bezahlen in Euro. Bei 180 Euro, können Sie ausrechnen, wären es fast 1.000 Euro, die zu bezahlen wären. Und was er vergütet kriegen würde, ist, dass er einspart 60 Prozent. Er spart 60 Prozent CO2 ein durch Eigenversorgung. Das wären 8,5 Tonnen und damit wären es bei 180 Euro grob 1.500 Euro. Das heißt, wenn ein solcher CO2-Preis käme, würde nach dieser Logik folgend ein Supermarkt nochmal 500 Euro inzentiviert werden müssen pro Jahr für so eine Sache. Oder der Autarkiegrad müsste größer 50 Prozent sein, damit überhaupt ich nicht bezahlen muss. Das heißt, ich muss einsparen und ich muss alles, was ich verbrauche, bezahlen. Also Sie sehen an diesem Beispiel ganz gut, mit der Eigenenergieproduktion und mit der Einsparung von CO2, das ist die Menge an CO2, die Ihnen an Zertifikaten zur Verfügung gestellt wird, das haben Sie praktisch zur Verfügung. Das heißt, 8,5 Tonnen ist die echte CO2-Einsparung, hat Dr. Piemgrenck gerade vorgetragen. Das heißt, diese 8,5 Tonnen haben Sie als Zertifikate zur Verfügung. Die können Sie gegensetzen gegen das, was in der Grafik zu sehen war. 5,7 Tonnen CO2 verursacht er durch den Restnetzbezug. Und da wären die Zertifikate gegengerechnet. Hätte er jetzt höheren Netzbezug gehabt, als er selber produziert war, hätte er draufzahlen müssen. So hat er natürlich die Zertifikate und hat sogar noch was übrig. Das heißt, nicht nur die Kosten für seinen CO2-Bezug durchs Netz sind abgedeckt, sondern er verdient auch noch was dran. Das wäre dann so. Aber wichtig ist, dass die Einspeisung nicht vergütet werden darf in dieser Beziehung, weil sie erstens endlich ist und weil sie mit Einsparung nichts zu tun hat. Die eigentliche Frage fürs Gebäude ist nicht, was ich mit meiner Photovoltaikanlage eingespeist habe, sondern die Frage ist, wie viel habe ich weniger verbraucht und wie viel verbrauche ich noch. Und dazu brauche ich Speicher, weil ohne Speicher ist die gesamte CO2-Belastung für die Republik überhaupt nicht zu senken. Ich habe Elektroautos als Speicher, im Netz habe ich gar keine, weil der WDEW sich systematisch weigert, die Netze zu verspeichern. Und seine Lösung ist der Wasserstoff statt Öl, den es nicht gibt, weil es keine erneuerbaren Energien gibt und sonstiges theoretisches Konstrukt. Wir sind ganz klar der Meinung, dass die Eigenenergieversorgung bezahlt werden muss und dass diese die einzige Möglichkeit ist, den realen Strombedarf zu senken. Ja klar, das sagen wir ja immer, wenn ich keine Speicher habe, bleibt das Netz voll mit Kohlenstoff. Der Speicher ist die einzige Möglichkeit, den CO2-freien produzierten Strom irgendwie zu halten. Und was hier noch ganz wichtig ist, wenn CO2-Preise kostenwirksam werden, ich sie nicht entrichten muss, habe ich natürlich eine höhere Amortisation, eine schnellere Amortisation meiner Anlage. Selbstverständlich. Weil jede nicht gebrauchte Kilowattstunde ist eine gute Kilowattstunde. Und jede gebrauchte Kilowattstunde ist eine Kilowattstunde Kohlestrom, der 420 Gramm kostet. Und daran wird, in Deutschland wird sich meiner Meinung nach nichts daran ändern und auch die ganzen Pressemeldungen von wegen, wie viel erneuerbaren Energieanteil man hat. Ich sehe die 46 Prozent nicht. Wenn ich mir die Energycharts von Fraunhofer angucke, dann wurde Photovoltaik zugebaut. Ich sehe aber nicht, dass der reale Strommix sich dadurch verbessert hat. Was sich verbessert hat, ist durch den Zubau von Photovoltaik, ist Eigenstrom. Der ist im Strommix gar nicht drin. Weil wir haben ja 130.000 Kleinerzeuger letztes Jahr zugebaut, die mit 80 Prozent verspeichert sind. Jetzt nehmen wir mal der Freundschaft wegen 65 Prozent Eigenstromquote an. Das wird realistisch sein. Dann spart die Photovoltaik eigentlich den Strombezug im Gebäude. Das heißt, die Photovoltaik senkt über Speicher den Last- und Energiebedarf im Haus. Also, wir sehen, selbst unter der neuen Regelung sieht das für einen Supermarkt, für einen Kleingewerbebetrieb schon mal ganz gut aus. Jetzt schauen wir mal auf ein Einfamilienhäuschen. Und das ist das Haus von Stefan Korneck, den wir in unseren Sendungen schon als das All-in-One-House bezeichnet haben. Und hier haben wir den interessanten Fall, dass hier die Wärmeproduktion schon mit dabei ist, nämlich mit einer Wärmepumpe. Und da sieht es auch nicht schlecht aus. Ja, und das ist eigentlich das Unglaubliche. Jetzt lassen wir mal diese ganzen Balken und Zahlen weg. Das Haus braucht läppische 2360 Kilowattstunden für eine, ich glaube, vierköpfige Familie inklusiv Wärme und Mobilität. Ein großes Haus. 2360 Kilowattstunden. Das hat eine 40 Quadratmeter Berliner Mietwohnung mit einem alten Kühlschrank vor fünf Jahren noch, die hat das noch übertroffen. Ja. Und das ist die eigentliche Leistung der Eigenenergieversorgung. Und wenn Sie sich den Leistungsbedarf dieses Hauses angucken, dann ist der ja durch das Elektroauto, was intelligent geladen wird und durch die Wärmepumpe, die sich drei, vier Teile aus der Umwelt holt, extrem gering. Das heißt, so ein Haus von Stefan Kornig wird, wenn der Speicher noch netzdienlich gefahren werden könnte, eine Anschlussleistung von ein bis zwei KW haben. Das heißt, wir reden darüber, dass die E3DC Hauskraftwerke die Anschlussleistung, die unbedingte Leistung eines Hauses oder sogar die bedingte Leistung theoretisch unter zwei KW senken können. Das heißt, die sind gar nicht da. Und wenn Sie das jetzt mal ins Verhältnis setzen zu dem Quatsch, dass die Wallboxen abgeschaltet werden sollen und dass der Versorger eigentlich, sagen wir mal, an die Personenidentität ran will und all solche Geschichten, dann konterkariert das eigentlich die ganze Energiewende. Und dieses Haus beweist eigentlich, dass es leistungs- und energietechnisch sozusagen dem Ideal nahe kommt. Ja, kurz nochmal die Zahlen, die wir haben. Also er hat auf der einen Seite… Eine Tonne CO2 braucht Herr Kornig. Eine Tonne hat er noch sozusagen durch den Netzbezug von 2367 Kilowattstunden. Das daneben ist schon ganz lustig, dass wir die Preisersparnis aus dem Netzbezug im Grunde genommen mal zur Seite lassen können. Und auf der anderen Seite zeigt sich im Grunde genommen der ganze Zauber der Eigenenergieproduktion und der Autarkie, nämlich das, wir reden immer von Geld, aber das ist richtig eingespartes CO2. Das ist richtig Klimaschutz. Absolut, das will aber keiner hören. Also man möchte einfach die Klimafreundlichkeit und die Netzdienlichkeit und die gesamte, sagen wir mal, Multiplikation für die Energiewende vom Speicher am liebsten gar nicht hören. Obwohl es eigentlich, sagen wir mal, in jeder Zeitung steht, obwohl es in allen Bundesländern gefördert wird. Das Einzige, was man nicht von der Versorgungswirtschaft hört, ist, dass diese Speicher gut sind. Man hört immer nur, dass der Kohlestrom erhöht werden soll und dass die dezentrale Erzeugungswirtschaft die Lastprofile im Netz stört. Und ja, es ist eine interessante Betrachtungsweise und wir kommen ja noch drauf, aber es ist ja auch an den Kurvenverläufen ersichtlich, dass ein komplett physikalisch CO2-freier Heizbetrieb möglich ist. Das heißt, wenn ich mich jetzt mal ganz auf die Gebäudewirtschaft kapriziere, wenn Sie heute ein Haus bauen, dann kriegen Sie Förderungen für die Energieklasse, auf Deutsch für Ihren Heizbedarf. Und es wird aber nicht gefragt, wie geheizt wird. Es wird so ein bisschen rumgemacht, der Strom ist ein bisschen besser als Gas. Aber Fakt ist, dass wir ja mit Photovoltaik und Speicher in dieser Hausklasse beweisen können, auch formeltechnisch, dass für das eigentliche Heizen überhaupt keine externe Energie ganzjährig inklusiv des harten Winters nötig ist. Und das zeigt eigentlich die Genialität der Effizienztechnologie. Das heißt, eine moderne Wärmepumpe, in meinem eigenen Familienhaus, die hat über fünf als COP, Hochleistungswärmepumpen, Hochleistungselektrofahrzeuge, Hochleistungsspeicher, das sind die Tools, um die Leistung und den Energiebezug aus dem Netz absolut gegen Null zu führen. Und auch im Winter, weil wir reden ja nur über den Winter, also wir brauchen nicht mehr über Sommer und Photovoltaik reden, da klappt das sowieso. Das heißt, wir greifen jetzt mal theoretisch und praktisch die Winterlücke an. In der Gesamtbilanz, ganz kurz noch, haben wir 2,9 Tonnen echt CO2-Einsparung und wir haben ja sozusagen mal 180 Euro pro Tonne gerechnet. Also Sie haben gesehen, eine Tonne für die Kohle sind 180 Euro und er kann drei Tonnen sozusagen dagegen setzen. Das heißt, selbst wenn wir auf die 180 Euro eines Tages kommen, kann Stefan Korneck mit seinem All-in-One-House die CO2-Steuern locker, locker bezahlen und im Gegenteil, er verdient auch noch da dran. Also es treibt auch in dem Fall die Wirtschaftlichkeit nach oben. Absolut, aber was für Stefan Korneck und eine E3DC selbstverständlich ist, dass sie die Lasten intelligent fährt und Solar fährt, ist ja für Deutschland nicht selbstverständlich. Und stattdessen ignorieren sämtliche Fachexperten die Notwendigkeit nach der intelligenten Lastregelung. Das heißt, man lässt Elektroautos weiter ungeregelt zu jeder Tages- und Nachtzeit fahren und inzentiviert das nicht, wenn sie solar geladen werden. Und das gleiche macht man mit Wärmepumpen nicht. Und deshalb ist meine Botschaft an das Bundeswirtschaftsministerium, doch mal darüber nachzudenken, einfach die Klimabilanz in den flexiblen Lasten zu bewerten und das zu inzentivieren. Weil warum soll jemand seine Wärmepumpe im Eigenstrom betreiben und eine sehr große Photovoltaikanlage dafür einsetzen und ein teures Energiemanagement? Und warum soll der eine teure, intelligente Wallbox betreiben? Warum soll er das machen? Doch bestimmt nicht wegen der Differenz von Netzstrom zu Eigenstrom. Und das muss über Tarifmodelle und auch über Leistungspreise, die die Versorgungswirtschaft einführt, aber auch angereizt werden, dass das selbstverständlich wird. Ich möchte jetzt das Thema nicht weiter verkomplizieren, aber hier zeigt sich im Grunde genommen Folgendes. Wir debattieren ja immer darüber, dass wir für CO2 und andere umweltschädliche Gase keine reale Bepreisung machen, sondern dass es in dem Großen und Ganzen der Kosten des Klimaschutzes aufgeht. Wenn wir jetzt mal einen realen CO2-Preis ansetzen und sagen, 180 Euro ist mal ein realer Preis, weil ein Schäden entsteht, dann kommt genau das, was Sie gerade gesagt haben. Dann wird es plötzlich ganz entscheidend, nicht zu sagen, ach komm, Photovoltaikanlage ab ins Netz mit dem Strom, ersetzt irgendwann Kohlekraftwerk. Sondern dann kommt es genau darauf an, dass eben tatsächlich vor Ort der Strom genutzt, verbraucht wird, gespeichert wird und wir auch eine geringere Last haben. Da wird es dann plötzlich komplett real und nicht nur abgehoben, ach komm, Strom, alles weg und irgendwie notfalls exportieren wir ins Ausland. Nein, es geht dann plötzlich, wenn der Preis real wird, geht es tatsächlich real darum, wie wird der Strom genutzt. Ja, dann ist der Autarkiegrad minus 50 Prozent mal CO2-Preis, Ihr Cashflow. Das heißt, Sie stellen nur noch die Frage, wie autark kann ich werden, weil dann bin ich auch CO2-autark. Und ohne Autarkie geht es nicht und Autarkie geht nur mit Speicher und auch die Netzähnlichkeit geht nur mit Speicher. Wir kommen jetzt gleich zum Wärmepumpenbeispiel, wie wir sozusagen auch im Winter komplett autark werden können vom Netzstrom. Aber ich will schon mal eine Quintessenz der Sendung vorneweg ziehen an der ganzen Stelle. Diejenigen wie der Supermarkt, diejenigen wie Stefan Korneck mit seinem All-in-One-House, die das jetzt nach heutigen Möglichkeiten machen, nach dem, was man heute haben kann, die sind schon für die Zukunft aus dem Schneider. Absolut, weil die entgehen jedem potenziellen Leistungspreis, dadurch, dass sie ein Energiemanagement und einen Leistungstransformator im Keller haben. Ist natürlich ein abstraktes Thema, den Leuten heute zu sagen, bedenken Sie, welche Kosten der Zukunft auf Sie zukommen. Aber so ist es im Strommarkt und in dem Sektor. Das ist doch unausweichlich. Ich meine, wenn Strom das neue Öl ist, dann geht es darum, wie viel brauche ich wann. Und die Ressource ist kostbar und da sie nicht, sage ich mal, von der Schelltankstelle kommt, sondern dezentral und volatil mehr oder weniger geglättet erzeugt werden muss, kostet sie eben leistungsproportional Geld. Und insbesondere in den Zeiten, wo die Ressourcen knapper sind. Also wer irgendwie ein Häuschen hat, ja, oder einen Betrieb, wo er das machen kann, der hat Glück. Ich so als Olamiter, ich bin immer der Doofe. Naja, Sie können ja Mieterstrom machen oder nach der RRD2-Richtlinie, Sie könnten ja einer Community beitreten, die die deutsche Energiewirtschaft ja verhindern möchte. Aber da wird es auch Lösungen geben, Herr Fahanski. So, schauen wir mal, wir haben ein sehr schönes Rechenbeispiel. Wenn wir tatsächlich durchkommen wollen, durch den ganzen Winter, dann müssen wir uns überlegen, klar, ich kann sagen, Gott, jetzt, er hat ja genug CO2-Zertifikate, das zahlt er eben. Aber wir wollen ja nicht nur das Geld nicht bezahlen, sondern wir wollen ja wirklich möglichst CO2-neutral werden. Und da haben Sie eine Formel entwickelt, wie man die PV-Anlage dimensionieren muss, um tatsächlich auf eine CO2-neutrale Eigenstromnutzung zu kommen. Ja, es ist eher ein Gedankenmodell, aber es ist auch eine realgültige Formel. Die Sache ist ziemlich einfach. Wenn Sie jetzt den Dezember oder Januar nehmen, dann wissen Sie, wie viel Prozent von Ihrer Photovoltaikenergie dort pro Monat im Mittel vorhanden ist. Und Sie wissen, wie viel Prozent vom Wärmebedarf Sie in dem Monat brauchen. Das können Sie auf den Tag runterrechnen. Und mit der Leistungsübersetzung der Wärmepumpe, dem COP, können Sie es verrechnen. Und in diesem Beispiel, bei einem Niedrigenergiehaus, da kommen Sie halt mit 17 kW Peak durch. Das heißt, bis auf einige wenige Ausreißertage im harten Hochwinter oder bis auf wenige Tage können Sie genau so viel Photovoltaik erzeugen und speichern, dass Sie damit Ihre Wärmepumpe ganzjährig physikalisch versorgen können. Jetzt können Sie fragen, was soll der Geiz? Naja, es ist erstmal eine theoretisch wichtige Feststellung. Es ist auch eine Richtgröße, weil wir ja dauernd über diese komischen Kennzahlen reden. 10 oder 30 kW. Es ist machbar und es ist relevant für Baustandards. Und es ist relevant für den CO2-Footprint. Und dann hätten Sie sozusagen eine bezahlbare, komplett CO2-freie Lösung fürs Heizen. Da brauchen Sie keinen Wasserstoff. Dann hat er nicht mehr mal die eine Tonne. Gutes Thema, ne? Sie brauchen keinen Wasserstoff. Das heißt, es explodiert auch nichts. Wasserstoff. Da habe ich schon 1988 drüber berichtet. Jetzt kommt Wasserstoff. 1988, da waren Sie erst zwölf Jahre alt, glaube ich, oder? Da war ich schon 22. Aber sehr schön gesagt, Herr Dr. Pippen. Ich weiß, ich sehe so jung aus. Aber da warte ich schon seit damals drauf. Habe ich gesagt, ja, jetzt kommt Wasserstoff, jetzt kommt Wasserstoff, jetzt kommt Wasserstoff. Den sehen wir auch die nächsten 20 Jahre nicht. Weil er im Grunde genommen im Gegensatz zu den anderen Sachen, was wir jetzt schon an Technologie haben, die Wirtschaftlichkeit eh nicht erreichen kann. Absolut. Und dafür brauchen Sie kein KfW 40 Plus Haus. Da reicht ein ganz normaler Neubau, vielleicht sogar nach Ennef oder er reicht nach KfW 55. Da müssen Sie sich nicht für anstrengen. Und das finde ich eine sehr schöne Geschichte, dass ich mir das als Weihnachtsgeschenk mit Familie Neumann sozusagen in zwei schönen Buchseiten habe verpacken lassen. Und wenn wir es vielleicht mal zeigen auf der nächsten Seite, ich meine, jetzt wird es wieder für Portalkunden interessant, die können das halt ablesen. Das heißt, der Portalkunde soll sich mal seinen Komfortstrom wegdenken und wenn er im Sinne von Baustandards denkt, dann kann er sofort sehen, ob seine Photovoltaikanlage groß genug ist, die Wärmepumpe zu betreiben. Und das ist halt keine ganzheitliche Lösung, weil ich werde ja nicht vollautark. Das geht nicht. Aber ich habe halt eine schöne Dimensionierung einer Photovoltaikanlage, die mir wahrscheinlich unter Freunden 85 bis 80 Prozent Autarkie bringt. Und dann hätte ich ja auch 30 bis 35 Prozent mal Gesamtstromverbrauch, mal CO2-Preis noch on top. Das heißt, wenn ich maximal sicher sein will für die Zukunft, dann muss ich maximal große Photovoltaikanlagen bauen. Ich muss mir eine super Wärmepumpe holen und ich muss mir einen Leistungsspeicher holen und dann habe ich mir selber bewiesen, Herr Neumer würde sagen, dass ich kein CO2-Schwein mehr bin. Ja, aber das ist ja von der Dimension gar nicht so groß. Wir haben gerade mal 17 kW-Peak-Photovoltaikanlage. Wir wissen ja, 20 kW-Peak-Anlagen kriegen wir auch irgendwie aufs Dach. Wir haben ja bislang immer gesagt, oh, Wärmepumpe schafft das nie im Winter und alles dunkel und furchtbar. Aber es ist eigentlich nach Ihrer Formel machbar. Selbstverständlich, deshalb habe ich es ja gemacht. Waren Sie nicht selber überrascht über den Wert? Ja, der lässt sich natürlich noch deutlich verbessern. Also wenn Sie jetzt wirklich auf ein Passivhaus gehen würden oder da wirklich gucken, dann können Sie es natürlich auch mit Komfortstrom theoretisch auf über 90 Prozent schaffen. Aber da sind wir im Bereich der prozentualen Optimierung. Da würde ich lieber, sagen wir mal, eine staatliche Inzentivierung sehen, die sozusagen den Leistungsbedarf, also die unbedingte Leistung eines Hauses im Betrieb belohnt. Das heißt, ich denke, dass die richtige Metrik wäre, zu sagen, wie viel unbedingte Leistung brauchst du im Winter. Und wenn du dann einen Leistungsspeicher hast, der sozusagen die Wärmepumpe und das Elektroauto transformieren kann, weil der Speicher voll ist und ich muss die Leistung nicht aus dem Netz nehmen, dann habe ich eigentlich die zwei Metriken. Das heißt, Reststrombedarf bei vollelektrischen Häusern und der Leistungsbedarf. Und mehr können Sie nicht machen. Das heißt, die Häuser werden Sie im Netz nicht mehr sehen. Das heißt, die sind quasi, ja wie soll man sagen, das sind Zombies. Die ja politisch, wirtschaftlich kräftig bekämpft werden. Genau. Jetzt möchte ich aber noch ein verhasstes Thema aufgreifen. Die Frage, die man ja jetzt stellt, wenn der Netzstrom so schlecht ist und ich habe große Häuserblocks in Berlin oder Mietshäuser und kleine Dachflächen, dann wird die Wärmepumpe ja irgendwann auch schlechter. Und das ist in der Tat das Problem. Das heißt, man muss auch nochmal eine Lanze für das BAKW oder das GUD-Kraftwerk brechen, weil wir werden in der Übergangsphase auf diese Technologien angewiesen sein und das Schlimme ist ja, dass der deutsche Netzstrom so dreckig ist, dass selbst ein BAKW im Winter ab, das habe ich ja auch abgeleitet in der Formel, ich habe ja den CO2-Bedarf pro Tag in Kilogramm abgeleitet für Mehrfamilienhäuser. Und nach meiner Abschätzung ist es ab 500 Quadratmeter realistisch, dass ein Blockheizkraftwerk CO2-positiver ist als eine Wärmepumpe. Und das muss man auch mal sagen. Man kann nicht immer sagen, das ist alles blöd und so wie Herr Quaschning sagt, es müssen überall Wärmepumpen eingebaut werden. Das ist halt physikalisch nicht korrekt. Korrekt ist, dass es sehr stark von der Eigenerzeugungsfähigkeit des Gebäudes abhängt, was in dem Bilanzkreis sinnvoll ist. Also wenn Sie jetzt so positiv über das Gasbetrieb im Blockheizkraftwerk sprechen, das muss ich dann aus der Sendung rausschneiden. Habe ich nicht gemacht, Herr Farenzki. Man muss sich den Realitäten stellen. Jemand, der sein Elektroauto nur schnell lädt, ist halt klimaschädlicher als jemand, der es zu Hause solarbelädt und deshalb muss der dafür belohnt werden. Ja. Und jemand, der seine Wärmepumpe mit Photovoltaikstrom betreibt und eine gewisse Leistung nicht überschreitet, wird in Zukunft auch belohnt. Und das ist doch die Message. Und die Message ist doch nicht, dass der, der im Mehrfamilienhaus wohnt und keine Photovoltaikanlage hat, der böse Bube ist. Sondern die Message ist, dass die Energiewende im Gebäude stattfindet und dass man überlegen muss, wie man Gebäude baut und wie man sie inzentiviert. Und man darf sie halt nicht nur nach Dämmung inzentivieren, man muss sie nach Eigenerzeugungsgrad inzentivieren und nach Leistungsbedarf. Das ist doch ziemlich einsichtig. Ich muss Sie noch unbedingt eine Frage stellen, die immer wieder in die Diskussionen kommt. Das haben wir ja immer, Winterlücke, CO2-Freiheit und Leute, das geht ja auch ganz stark in Richtung Autarkie. Sie haben ja jetzt eigentlich ein Modell vorgestellt, wie ich mich tatsächlich ganzjährig im Prinzip fast komplett autark machen kann. Maximal. Und die Leute in den Livestreams, auch heute hier in der Sendung, die wir ausschauen, wird das drunter stehen, wird gesagt, okay, wenn ich jetzt im Winter, ich mache die Photovoltaikanlage größer, um Strom für die Wärmepumpe zu haben im Winter. Und die Frage kommt immer wieder, dass Leute sagen, naja, aber dann ist es doch eigentlich blöd, gerade wenn ich so wenig Strom habe und wenn ich die Wärmepumpe brauche für meine Wärme und CO2-neutral werden will, dann habe ich doch eigentlich gar keine Energie für mein Elektroauto. Das stecke ich doch dann lieber in die Wärmepumpe. Darauf fallen mir zwei Sachen ein. Sigmar Gabriel hat mal in Osnabrück zu mir gesagt, weiß der Strom, wo er hinkommt? Nee, er weiß es nicht. Mein Vater hat immer gesagt, das kannst du halten wie ein Dachdecker, so oder so. Mir persönlich ist es tatsächlich egal. Die Frage ist nur, ich sollte ihn natürlich dahin tun, wo ich die niedrigsten CO2-Verursacher habe. Das heißt, es ist natürlich besser, den in ein Elektroauto zu tun, statt an einer Autobahn bei Ionity deutschen Kohlestrom für 80 Cent zu kaufen. Als Beispiel, wenn ich natürlich einen Ökostromvertrag habe, dann kann es mir theoretisch egal sein, zumindest bilanziell. Darauf gibt es keine Antwort. Ich muss einfach haushalten damit. Und von der CO2-Bilanz bleibt es eine Kilowattstunde. Die Antwort auf Ihre Frage ist nicht, wo soll er das denn hinstecken? Das kann er mit sich und seiner Frau ausmachen. Das Problem ist, wo holt er denn die Kilowattstunde her, die er dann braucht? Das ist die entscheidende Frage. Holt er die vom Arbeitgeber? Wo holt er die denn her? Das ist doch der Punkt. Und was kostet ihn das? Das ist die entscheidende Frage. Ja, die Antwort, die ich immer gebe, ist darauf zu sagen, ein Auto ist in seinem Betrieb CO2-intensiver als eine Wärmepumpe, wenn die noch Strom aus dem Netz bezieht, weil sie so effizient ist. Da haben Sie recht. Das heißt, aber das stimmt auch nicht ganz, weil ein Elektroauto im Vergleich zum Verbrenner natürlich genauso effizient ist wie eine Wärmepumpe im Vergleich zum Gasthermen. Also, ich sage mal, das ist eine Philosophie-Frage. Aber Herr Forenski, sagen wir es mal so, Strom ist Strom. Und Sie können ihn zu Hause veredeln, wie Sie wollen. Sie können ihn umpriorisieren. Wichtig ist, dass Sie maximale Energie haben und maximale Effizienz. Ja, und wir können immer nur wieder sagen, pure Stromproduktion nutzt nichts. Und wichtig ist eben, dass wir die Stromverteilung und die Nutzung eben beherrschen. Wir kommen immer wieder auf dasselbe Thema. Die Eigenenergienutzung ist sozusagen der entscheidende Punkt für uns. Ja, CO2-Autarkie ist Autarkie. Es geht darum, CO2-minimal zu sein und das bedeutet CO2-autark. Oder mit dem Begriff aus den 70er Jahren aktiv Energie sparen. Aber nicht, indem die Waschmaschine zwei Stunden später eingeschaltet wird oder durch einen niedrigen Energietarif von Kohlestromversorger, sondern durch intelligentes Last- und Energiemanagement mit modernen Erzeugungsanlagen in modernen Häusern. Letzter Punkt will ich nochmal kurz verdeutlichen. Dr. Piepenbrink hat es eigentlich schon angesprochen. Wir kommen aber wirklich dem immer näher, was auch der Traum vieler Menschen ist. Sie haben gesagt, die Häuser wären die Zombies im Netz. Hoffen wir es für die Versorger. Ja, wir kommen sozusagen mit der leistungsfähigen Stromspeichertechnologie, die wir haben. Sie haben ja auch neue Hauskraftwerke im Petto, die sozusagen noch leistungsfähiger werden. Da kommen wir teilweise wirklich hin, dass die Leute sagen, wir wollen eigentlich die Autarkie haben. Wir kommen dann mit einer großen Photovoltaikanlage, mit einem leistungsfähigen Hauskraftwerk, kommen wir eigentlich der Vollautarkie schon relativ nahe. Ja, Vollautarkie. Technisch wird es irgendwann unwirtschaftlich, aber einigen wir uns darauf, die lumpigen 20 Kilowattstunden, wenn Sie die doch, oder 24, nehmen wir mal zu schön ist, wenn Sie sich 24 Stunden teilen, dann haben Sie mit einer Kilowattstunde Netzleistungsbedarf im harten Winter, haben Sie alle Möglichkeiten und es wird um Leistung gehen. Sie werden die Leistung im Winter ganz, ganz, ganz teuer bezahlen müssen. Und da haben Sie mit diesen Technologien Riesenvorteile. Und Sie haben natürlich auch minimalen Netzbezug und maximale Autarkie, aber wir werden keine Inselanlagen mit Generatoren bauen. Und auch keine Häuser mit Wasserstoff. Das sowieso nicht. Weil die sind unwirtschaftlich gefährlich und wir haben in Deutschland die erneuerbaren Energien nicht, um dreimal schlechter Wasserstoff zu erzeugen, als ich das, sage ich mal, mit GED und Gaskraftwerken machen kann. Ja, aber brauchen wir ja sowieso nicht, weil wir dann zum Schluss ja auch schon wieder eine Batterie brauchen. Klar, weil eine Wasserstoffanlage ist im Prinzip ein Riesenbatteriespeicher mit Reststromversorgung über Elektrolyse. Na, wir machen das wie beim Bauernhof, direkt vom Erzeuger, selber produzieren, ein bisschen speichern, direkt verbrauchen und dann ist sozusagen der Drops gelutscht. Also, Quintessenz der Sendung. Die CO2-Bepreisung kommt auch für die Energienutzung zu Hause, für das eigene Haus. Der Weg hat 2021 begonnen und die gute Botschaft mit dem, was Sie heute gehört haben, wenn Sie auf Eigenenergienutzung und Speicherung setzen, sind Sie fast schon aus dem Schneider. Das war Autark, das E3DC-Magazin. Vielen Dank, Herr Dr. Piepenbrink. Untertitelung des ZDF für funk, 2017